Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Nihon hier und herzlich willkommen zum 32. Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute, wie ihr seht, aus einer komplett anderen Position, denn ich habe mal die Playstation jetzt endlich an meinen PC-Bildschirm angeschlossen. Der ist eigentlich richtig gut von Asus, 1MS-Reaktionszeit. Ich werde mir natürlich noch einen zweiten bestellen, weil ein Bildschirm ist ein bisschen blöd zum Aufnehmen, weil ich muss darüber auch gleichzeitig das Aufnahmeprogramm starten und kann somit nicht sehen, ob da irgendwelche Fehler sind oder sonst was. Jetzt werde ich mir die Tage auf jeden Fall einen zweiten Bildschirm kaufen. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt gehabt, was ihr mir für ein Headset empfehlen könnt, was ihr mir für ein Bildschirm empfehlen könnt, was ihr mir für einen Scaf-Controller empfehlen könnt, weil ich will jetzt auf jeden Fall COD in COD besser werden, weil ich habe auf jeden Fall, ja, ich will jetzt nicht sagen, krasses Potenzial, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Potenzial, da was zu reißen, weil ich finde, ich habe eine gute Reaktionszeit, das merkt man auch bei FIFA und ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich habe gestern mal mit ein paar Kollegen abends einfach auf dem Bildschirm hier gezockt und ich muss sagen, man merkt so einen Unterschied von 55 Zoll runter auf 27 Zoll. Ich sage es euch, mein Fernseher hat, glaube ich, 5 ms Reaktionszeit, der Bildschirm hat 1 ms, das heißt quasi doppelt und dreifach so schnell reagiert der und das ist bei COD vor allem sehr, sehr wichtig, vor allem bei diesem Nahkämpfen 1 gegen 1, da brauchst du schnelle Reaktionen, da kannst du nicht einfach mal hier 5 ms Reaktionszeit haben. Ich habe das gestern sofort gemerkt, hatte auch ganz gute Runden gehabt, aber ich muss mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, weil ich war die ganzen Jahre COD immer auf so einem riesen Fernseher am Zocken, habe es nie auf dem Bildschirm ausprobiert. Ich habe auch gestern mal FIFA auf dem Bildschirm ausprobiert, muss sagen, das reagiert zwar schneller als auf dem Fernseher, aber ich finde, auf dem Fernseher ist FIFA auf jeden Fall viel besser, wenn man dann deutlich mehr Übersicht hat, finde ich, weil jetzt einfach alles größer gestaltet ist und so, deshalb bleibe ich bei FIFA, denke ich, auf dem Fernseher. COD werde ich jetzt in Zukunft auf dem Bildschirm zocken, würde ich sagen, habe ich jetzt genug gelabert, wir zocken heute mal. Ja, ich gucke mal, eventuell mal das neue Map-Pack hier, Eclipse, talk mal weiter oder wir suchen einfach nochmal Herrschaftsmodus und gucken, was da von Maps kommen werden. Alles klar, Leute, bis gleich. Zack, Freunde. Oh, Junge, diese Reaktion einfach, das ist so geil, ey, auf dem Bildschirm. Jetzt einfach kam ich gerade rein, sofort drei Leute, vier Leute abgezogen, weil jetzt kann ich endlich mal meine Reaktion unter Beweis stellen, Alter. Direkt komme ich rein, vier Kills, vier null, weiter geht's. So, Freunde, zweite Halbzeit geht los, wir starten erst mal mit dem souveränen 4 zu 0 auf dem Map Rift. Mal gucken, ob es jetzt hier so weitergeht, aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Alter. Danke auf jeden Fall für euren Tipp an dieser Stelle. Da merkt man einfach, dass man viel verpasst hat, Alter, seitdem ich auf dem Fernseher gezockt habe, weil so geht alles viel schneller. Sind da welche? Da kann man nicht durchschießen durch dieses Glas. Hier sind immer viele am Headglitschen, da muss man aufpassen. Gucken mal. Ah, ich versuche mal jetzt auch ein bisschen taktischer vorzugehen, aber da muss ich mich noch ein bisschen einspielen, ehrlich gesagt. Scheiße, Kacke. Hätte ich noch einen Kill gehabt, hätte ich nochmal die Drohne. Aber egal, wir werden auch hier was reißen. Ich werde auch, denke ich, heute mal zwei Runden machen als Bildschirm-Special und nicht nur eine. Zack. Zack. Okay, easy. Oh, ist das... Ach! Boah, der war richtig schlecht, da haben wir Glück gehabt. Auf Bildschirm, ey, Leute, das ist so ein Unterschied, Mann. Ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich hundertmal in dieser Folge, aber ich kann es euch sagen, Alter. Wer denselben Fehler gemacht hat wie ich, steigt um auf Bildschirm, Alter. Da merkt man diesen Unterschied einfach so. Krass, ey. Natürlich muss man auch taktisch gut sein, aber das ist auch schon mal so, ja, fast die halbe Miete, dass man hier eine gute Reaktionszeit auf dem Bildschirm hat. Warte, da waren noch auf jeden Fall welche. Zeigt euch, zeigt euch. Da, scheiße. Okay, ich hoffe, ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Okay, wir chillen mal kurz hier. Ah, da kommen wieder welche. Okay, dann gehen wir mal da kurz hin. So, Leute. Konzentrieren wir uns mal heute mal ein bisschen aufs Gameplay. Verlieren wir Charlie? Schwanz verlieren wir. Weiter, weiter. Oh, Konterdrohne, ey. Oh, Leute, ich will mich heute mal endlich mal so schön aufs Gameplay konzentrieren. Auf jeden Fall. Heute kommt noch ein zweites Video online von mir. Das wird ein etwas spezielleres Video sein. Ich sage nur, es hat etwas mit Horror zu tun. Lasst euch überraschen, weil sowas habe ich bisher noch nie hochgeladen auf dem Kanal. Mal gucken, ob es euch gefallen wird. Das schauen wir einfach mal, Leute. Kannst du mal... Da drüben war einer am Fenster. Ich Idiot. Ja, ich habe den gesehen, deshalb schnell wegspringen. Eie, bevor der mich noch bekommt. Ey, kannst du dir mal sagen, wo die Gegner sind? Ja, ich meine 9-2 ist nicht schlecht. Die haben die ganze Zeit Konterdrohne an. Wir können nicht sehen, wo die sind. Da. Zack. Nein, fuck, Alter. Ja, da hätte ich nicht sprinten dürfen. Da waren alle drei gekommen. Ich hätte die alle drei kriegen können, Alter. Können müssen. Kriegen können. So, aber das ist voll die Umstellung für mich. Die Position alleine schon. Sonst bin ich immer vor diesem riesen TV am Zocken. Und jetzt bin ich auf einmal hier irgendwo im Nirgendwo. Da war ja gerade jemand, Alter. Wo sind die? Da. Ah. 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 Der lebt noch. Egal. Wem den Posten hier erobert. Ah. Fuck, Alter. Von hinten kam der. Scheiße. Egal. 10-4 ist nicht schlecht. Komm. Wir machen auf jeden Fall danach noch eine zweite Runde, Leute. Wir kamen jetzt gerade sozusagen erst ins Spiel rein. Wir gucken mal gleich, ob wir den normalen Herrschaftsmodus suchen. Oder ob ich einfach, ähm, hier drin bleibe. Gucken. Ah. Der hat dieses scheiß Anzug gehabt. Komm. Wir nehmen jetzt mal die V&P nach diesem Tod. Weil ich finde, bei dieser Map hat man viele Nahkämpfe. Und da sind Maschinenpistolen deutlich besser geeignet als Sturmgewehrwaffen, finde ich. So. Komm. Weiter. Weiter. Ah. Ich bin immer zu sehr noch am reinstürmen. Da. Zack. Da war. Ah. Weiter. Weiter. Ah. Da war einer von. Oh. Links war einer. Scheiße. Guck mal, jetzt wie ich ihn überraschen werde. Zack. Hab ich. Weiter. Weiter. Wir nehmen jetzt die Sense am Start. Die Sense. Die heilige Sense. Da haben wir schon mal einen. Hallöchen. Ah. War schon. War schon tot hier. Hab ich. Zack. Macht das einen Spaß, Leute. Da kriegt sie heute ein ganz anderes Feeling. Das sage ich euch, Alter. Danke euch auf jeden Fall. Brauche ich nur noch ein geiles Headset. Ein Scaff-Controller muss damit klarkommen. Dann werde ich auf jeden Fall schon deutlich besser spielen, Alter. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute. Ich renne natürlich immer noch wie der letzte Idiot manchmal rein. Aber. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall auch verbessern. Du kannst ja auch nicht bei FIFA direkt hier taktisch ein Ass sein. Scheiße. Der hat sich unsichtbar gemacht. Wie Harry Potter hat er den Mantel wieder angezogen. Ei, ei, ei. Muchas Carambas. Oi, oi, oi. Zoom mit einem Mann. Komm weiter. Hallöchen. Oh. Oh, wow, 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 wow. Du brauchst eine gute Reaktionszeit. Ich hab gerade... Ich muss nachladen. Hab ich. Hab ich. Da hinten kommen wieder welche. Guck mal jetzt. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich seh's gerade erst jetzt. Ah. Oh. Hier ist doch irgendwo jemand. Wo? Ach, scheiße. Aber habt ihr gesehen, Leute? Brrrr. Einfach reingewichst. Döni hat richtig reingewichst in die Gegner gerade. Meine Güte. Macht das ein Spaß, ey. Ihr merkt doch richtig, wie glücklich ich bin. Ich bin einfach so... Ey. Ich hab gedacht, ich hab den schon gehabt. Habt ihr das gerade gesehen? Eigentlich hätte er tot sein müssen. Manchmal schlucken die so viel. Kennt ihr das? Der... Ihr schießt auf seinen Kopf. Der schießt auf euren Zehennagel. Und ihr stirbt einfach vor dem. Ich check es nicht, Alter. Da sind wir da welcher am Headglitch. Ich seh schon. Ey. Ey, okay, okay. Shia LaBeouf hat gut reagiert. Egal, Leute. Die erste Runde war in Ordnung, Alter. Ich bin zufrieden. Ich hab auch mich gar nicht eingespielt, weil... Ich dachte, heute reißen wir direkt mal was. So. Hab ich. Ah, Mann. Von der Seite. Ah, die Map finde ich vom Map-Pack her mit am schlechtesten. Die finde ich jetzt nicht so toll. Die ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich glaube, die hatten wir letztes Mal auch schon gehabt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber... Die ist jetzt nicht so geil. So. Komm, komm, komm. Nochmal hier abgehen, Alter. Nochmal abgehen zum Schluss. An den letzten vier Punkten, ich muss durchziehen, Alter. Jetzt einfach rennen, einfach rein, da. Den Kopf durch die Wand. Vielleicht kriegen wir doch noch welche. Da, da, da. Ah, hätte ich kriegen müssen, Alter. Nein. Egal, Leute. Die Runde ist vorbei. Wir haben ein Verhältnis 23-13. 10+, gilt. Die erste Runde zum Reinkommen ist in Ordnung. Bin ich zufrieden mit, auf jeden Fall. Der hat die mit der Sensor alle geholt, Mann. Mit der Sensor, da. Ja, Freunde. 23-13. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich denke mal, ich zocke eine normale Runde her. Bis gleich. So, Freunde. Wir haben unser nächstes Spiel gefunden auf der Map. Skyjack. Gezockt, Alter. Ich habe abnormal Bock auf diese Map. Ich sage, das wäre gerade ein Gegner. Ich habe so Bock auf diese Map, ne. Das könnte ich gerade gar nicht vorstellen, ne. Oh mein Gott, ey. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das so ein krasser Unterschied ist. Von Bildschirm auf... Von Fernseher auf Bildschirm. Ey, da waren doch so viele. Ah, ich kriege keinen. Warte, da waren noch welche. Wo, wo? Oh, das ist... Das macht aber so viel mehr Spaß, ne. Das ist wirklich eine andere Dimension, Mann. Das ist eine andere Dimension. Wirklich. Also, ich lüge euch jetzt gerade auch nicht an. Das ist... Oh, wirklich krank. Komm, ich chill einfach hier in der Mitte, Alter. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich muss mal ein bisschen vorrücken über die Außen. Ey, wo sind die denn alle? Kannst du mir das mal sagen? Du Rille, Peter. Da schon ein Peter. Komm runter, du Pischer. Da. Ne. Hä? Egal. Ah, die sind noch... Ich habe gedacht, da sind keine Gegner mehr drin, Alter. Ich renne die ganze Zeit rum, finde keinen. Egal, wir haben 3-0. Komm, jetzt machen wir eine gute Serie, Leute. Ah. Die haben wir vor unserer Nase getötet. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr, um die Ecke zu gehen und in den Einzelkampf zu gehen. Ah, erste Halbzeit vorbei, 3-0 weiter. So, Leute, zweite Halbzeit, 3-0. Wir haben jetzt, glaube ich, danach eine Drohne müssen wir haben. Perfekt. Komm, Alter, wir rasieren jetzt mit der KN, Alter. Komm schon, Freunde. Ich habe Bock. Ey, ich habe lange nicht mehr so Bock auf COD gehabt. Okay, es gibt nur 50 Punkte. Ich glaube, wenn man es alleine erobert oder als Erster da ist, gibt es, glaube ich, 200. Ey, da war einer hinter mir. Hä? Oha, Alter. Was geht bei dem ab? Ich habe den nicht bekommen. Wollte ich schon gerade sagen, Alter. Der ist gerade einfach über die Flügel gelaufen, der Pisser. Der gut gemacht. Wow. Zack. Guck mal. Hätte ich jetzt auf Fernseher gezockt, hätte er mich gehabt. Weil er zählt wirklich jede Millisekunde. In dem Spiel zählt wirklich jede Millisekunde. Zack. Zack. Komm, nehmen wir mal C ein. Alpha, Alpha. Alpha. Alpha, nein, ey. Die wurden hinter mir gespawnt, Mann. Egal. Egal, Leute. Skyjack wird jetzt rasiert. Komm, 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 komm. Da war einer. Ich sehe es direkt diesmal auf. Ey. Wie kann man so einen schlechten Team mit Mitglied haben, hä? Kannst du mir das mal sagen? Kann man sich nicht mal auf die verlassen, Mann. Hier, verpiss dich. Boah, ey. Fucken die mich hier gerade alle ab. Komm, B geht mir. Während wir B erobern, schön noch einen Gegner töten am besten. Dann gibt es richtig Punkte. Da rechts oben ist einer im Haus. Da, er rennt rum. Zeig dich. Da ist er. Wohin willst du hin? Wohin, hä? Wohin? Wohin, Kollege? Ja, der ist wieder abgehauen, Mann. Oh, Leute, Alter. Mann, Mann, Mann. Aber ihr merkt schon, Alter. Es läuft deutlich besser. Es läuft einfach deutlich besser. Wenn ich jetzt gerade nicht so die krasse Runde habe, aber man sieht schon am Movement, an der Bewegung, dass alles schneller ist, dass alles besser läuft. Zack. Guck mal. Den habe ich sofort bekommen. Wow. Oh, wie schlecht warst du denn, bitte? Piss dich. Kommt noch mehr. Wir haben wieder eine Drohne am Start. Perfekt. Ah, wieso mache ich Drohne, wenn es eine Konterdrohne gibt? Geht. Oh, ich lasse mir einer. Ey, das sieht man teilweise echt nicht. Zack. In deiner Fresse. Ey, diese Konterdrohne soll mal weggehen, Mann. Das fackt mich gerade mega ab. Ah, hier ist keiner. Ey, es macht so viel Spaß, Mann. Es macht so viel Spaß. Ich habe gerade so einen Spaß wie lang nicht mehr, Leute. Ey, du Mistgeburt. Kill doch den anderen zuerst. Warum auf mich? Warum auf mich? Warum auf mich? Ah, okay. Der ist schon weg. Mann, okay. Jetzt habe ich ein bisschen überreagiert. Egal, wie das 10 plus geht. So muss es sein, Leute. Ey, jetzt werdet ihr viel, viel bessere Gameplays von mir in den kommenden Wochen und Monaten von mir sehen. Auf jeden Fall, Alter. Das ist jetzt eine ganz andere Ära, Leute. Ich sage es euch. Eine neue Ära wird beginnen, dass ich auf Bildschirm zocke. Das sage ich euch. Wenn ich mich darauf noch perfekt einspiele. Okay, ich war dumm von mir. Ich renne mit Sense ins Haus. Aber wenn ich mich darauf richtig gut einspiele demnächst. Der hat mich gefickt. Wenn ich darauf demnächst hier mein Bestes gebe und so, dann wird es richtig laufen, Alter. Du Hurensohn! Meine Fresse, Alter! Fackt der mich gerade ab, ey. Jetzt habe ich wohl drei Mal hintereinander gekillt, ohne einen zu töten. Das kann ja echt nicht wahr sein gerade hier. Eieieiei. Wo? Ey, guck mal. Ich war direkt drauf auf dem und der kriegt mich trotzdem. Mann. Zack. Rechts ist einer. Jetzt brauche ich ja endlich mal nicht mehr nach oben links gucken wie eine Missgeburt. Immer zehn Minuten nach oben links. Um mir mal einen Gegner zu sehen. Ey, jetzt muss ich nachladen. Oh, jetzt sei er getötet worden. Und jetzt geht der... Oh, ich dachte schon, wenn er mich jetzt getötet hätte. Komm. Feindliche Schwebeladung. Höre ich doch immer gerne. Zack. Boah, zum Glück war das ein Headshot. Jetzt hätte der mich, glaube ich, gehabt. Blachladen. Komm, wir nehmen jetzt mal... Ey, ey, von hinten. Ah, ich muss hier weg. Ach, scheiße. Der war schnell gewesen. Egal, Freunde. Zehn Plus geht, zweite Runde. Wie gesagt, Leute. Das war jetzt meine ersten drei, vier Runden auf dem Bildschirm. Ich habe gestern ein, zwei Runden gemacht. Habe sofort gemerkt. Dann war ich pennen gewesen. Aber ich habe sofort gemerkt, dass es viel, viel geiler ist, Leute. Danke für euren Tipp, Mann. Ich nehme es zu Herzen. Und Freunde, vergewaltigt mal den Like-Button für diese Folge. Damit ihr seht, dass es euch gefällt, dass ich auf dem Bildschirm zocke. Würde mich echt mega freuen, wenn wir wieder die 10.000 Likes knacken auf COD. Aber ich habe Bock, wirklich ein guter COD-Spieler zu werden. Mich da wirklich reinzuhängen. Und genauso gut wie in FIFA in COD zu werden, Alter. Weil ich glaube, es gibt keinen YouTuber, der in FIFA genauso krass ist wie in COD. Zum Beispiel Anton und Marcel, also Vizcabas und Marcel Skorpen. Die können zwar auch FIFA spielen. Ich habe zwar öfter gegen die gespielt. Aber man muss sich nichts vormachen gegen die. Also die haben gegen mich keine Chance. In FIFA, äh, in COD habe ich aber keine Chance gegen die. Und ich will so weit kommen, dass ich in beiden Spielen eine Chance habe. Weißt du? Lass ich in beiden Spielen... Oh nein, wieder nachladen. Hätte ich mal Magazinerweiterung drin. Guck mal, das sind meine einzelnen Probleme, die ich so teilweise noch habe, die ich umsetzen muss. Aber 23.11 ist okay. Erste Runde 10 plus gilt. Zweite Runde 12. Und ja, ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr merkt es auch. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, ob man merkt, dass ich jetzt ein bisschen präziser geworden bin. Noch schnellere Reaktionszeit habe. Würde mich gerne mal interessieren. Aber ich muss persönlich sagen, ich merke es sofort. Mir macht es abnormal viel Spaß. Ich will mich da richtig reinlegen, mir jetzt ein Headset kaufen, einen Scaf-Controller. Und mich da wirklich, wirklich, wirklich reinsetzen und mein Bestes geben. Und dann irgendwann hier ein richtig guter COD-Spieler werden. Und ihr könnt mich natürlich auf dem Weg begleiten, Freunde. So wie ihr es jetzt bisher auch gemacht habt. Und ja, unterstützt mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Würde mich selber 10.000 Likes freuen. Später kommt dann noch ein gechilltes Video von mir online hier. Das hat das heute Abend mit Horror zu tun. Und ja, das war es dann jetzt auch, Leute. Euer Önyi ist raus. Wir sehen uns später. Champions League heute. City Real ist sagt 2-1 Real. Morgen Bayern sage ich 2-0 Bayern. Macht's gut. Haut rein. Sie sind die Besten. Und ciao.